Eine der schlimmsten Lügen, die den Menschen erzählt wurden aus meiner Perspektive ist, dass man euch erzählt hat, dass man das Herz verschließen muss, damit man nicht verletzt wird. Das ist die größte Lüge. Ein Herz, was verschlossen ist, ist verletzbar. Nur ein Herz, was verschlossen ist, kann von Astralwesen angegriffen werden und weil ihr niedrig schwingt, erfahrt ihr mit einem geschlossenen Herzen blöde Dinge. Wenn euer Herz offen ist, wenn euer Herz im Einklang mit eurem Kopf ist, habt ihr die größte Waffe auf diesem Planeten. Kein Astralwesen kann mehr an euch andocken. Keine Scheiße kann euch mehr passieren. Ihr schwingt dann so hoch, dass ihr über den ganzen Bullshit schwingt, sogar über die Luna Matrix hinausschwingt, wenn ihr euer Herz mal aufmacht. Das heißt, diese ganzen Lügen und die ganzen Konzepte und die ganzen Ideen, dass man das Herz zumachen muss oder dass das Herz verschlossen ist oder dass ein offenes Herz naiv ist. Das stimmt alles gar nicht.